Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Palia. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen Geld gesammelt und habe natürlich auch bei hier unsere Felder ein bisschen mehr besetzt. Gucken wir mal, ob wir mal Post bekommen. Was haben wir denn? Ich muss dazu sagen, es kam heute ein Update raus. Das heißt, es ist super viel jetzt auf Deutsch übersetzt. Wir haben ganz viele Texte, die jetzt auf Deutsch geschrieben sind. Gut, manche Briefe hier sind noch nicht auf Deutsch, aber hier zum Beispiel. Sei gegrüßt. Ich gelangte in den Besitz zahlreicher Zappelwürmer und würde sie gerne an dich weitergeben. Die kleinen Zappler können vielseitig verwendet werden. Mir kam zu Ohren, dass Fische und Männchen ihre herzhaften Geschmack gleichermaßen schätzen. Vielleicht könntest du mir bei meinem nächsten Besuch beschreiben, wie sie schmecken. Okay. Alles klar. Die Wahl von dir wird schon langweilig kommen vorbei und werde dir die Geheimnisse der Reparatur herbeibringen. Mit Silbererz jetzt sogar. Okay. Okay. So, wir haben super viel zu tun. Ich wollte mal gucken, ob wir irgendwas Schönes herstellen können. Wir gucken. Hier zum Beispiel den Schrank könnten wir herstellen. Aber ich weiß nicht, wo wir schon noch einen Schrank hinstellen. Ich weiß auch nicht, wo noch ein Te... Das können wir nehmen. Eine Stehlampe. Die machen wir mal. Die sieht gut aus. Ähm, irgendwas, was nicht so viel... Das Problem ist, das braucht alles so viel Platz. Haben wir hier noch irgendwas, was wir bauen können? Und dann... Das hier noch. Große Laterne. Kilima-Tee-Herze. Achso, was ich auch noch gemacht habe, ich habe mal unser Ansehen erhöht. Wir kriegen im Prinzip jetzt 50% angerechnet. Können wir auch schon herstellen. Das heißt, unser Essen geht zwar schneller weg, aber... Wir können jetzt schneller hochleveln. Das fand ich ganz gut. Das haben wir alle schon. Okay. Dann gehen wir jetzt noch schnell die Sachen platzieren. Ähm, vielleicht hier hinten so hin. Hier so. Das ist doch... Oh, guck mal, die sind echt schön, die Möbel. Ach, das können wir hier so hinhängen. Oh, toll. Haben wir sonst noch Möbel? Ja, hier. Schön. Sehr gut. Gehen wir jetzt als nächstes mal unsere ganzen Missionen machen. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Es ist super viel dazugekommen. Vergesst auf jeden Fall nicht, das Video mit einem Däumchen zu versehen, um mich zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Dann kommen auf jeden Fall weiter Videos von Paliya. Okay. Ähm, ihr seht jetzt schon oben, wir haben ganz viele Ansprechpunkte. So, wir nutzen mal unseren Kleider, um vorwärts zu kommen. Gut, dass alle im Prinzip schon hier so sind in der Regel. Ah, die anderen sind, glaube ich, noch drüben. Dann gehen wir jetzt erstmal zu Tisch und reden mit ihr. Tisch hat nämlich, glaube ich, für uns eine Erweiterung, die wir sehr gut gebrauchen können. So, wir reden erstmal mit dem. Ich habe auch herausgefunden, dass wir normale Geschenke machen können. Also wir gehen im Prinzip hier drauf und suchen hier irgendwas raus. Das ist ich, die Pilze. Wirklich, ähm, lassen wir es dabei. Der ist jetzt genommen? Ich glaube nicht, ne. Okay. Soll ich dir mal ein Geheimnis verraten? Du kannst die Farbschema der aller Möbelschicke, die du hergestellt hast, ändern. Nun musst du die Anleitung für die Modifikationsbank kaufen. Ich habe sie gerade auf dem Lager. Oh, guck mal hier. Ändern Sie die Farbe und das Design der Möbel an dieser Änderungsbank. Verwende Modifikationskits. Was haben wir hier? Ach, die ganzen Herstellungssachen. Ja, komm. Ich kann es ja auch nicht lassen und mein Geld mal für sinnvolle Dinge sparen. Nein. Ich muss das alles immer direkt kaufen. So. Hören wir dir zum Beispiel. Ja, doch. Pilze hat er genommen. Es ist wirklich sehr nett, dass du an mich gedacht hast, aber ich muss leider passen. Oh ja, gut. Okay. Dann reden wir nur mit dir. Das ist immer gut. Alles klar, jetzt haben wir das hier schon mal gemacht. Einmal schön mit dir reden. Mit dir habe ich schon geredet. Gut, dann gehen wir jetzt zu den anderen und tun unsere Missionen noch machen. Dahlia. Delilah, Entschuldigung, sag immer Dahlia. Mein armen Schätzchen, so spät bist du noch draußen. Komm rein, erzähl deiner Tante Dahlia, was los ist. Möchtest du vielleicht Pilze? Schön Gedanken, Freund. Das andere kann ich dir halt alles noch nicht geben. Ich habe Grillen gefangen. Das warst du? Na, wenn das mal nicht einfach zuckersüß ist. Die Produktivität der Pflanze ist beinahe um 80% gestiegen, seit du diese nervigen kleinen Nimmersatteinhalt geboten hast. Ich muss auch nie zeigen, wie er sein Hobby zu unseren Nutzen einsetzen könnte. Natürlich könnte es ihm ja nicht mehr ganz so gut gefallen. Ich würde dem Jungen aber nur ungern seinen Spaß... Apfel-Marmelade. Warte mal. Möchte sie vielleicht um meine gebratenen Pilze? Achso. Okay, keiner mag irgendwie meine Pilze. Okay. So. Dann gehen wir jetzt noch hier hoch und reden mit denen. Oh, das bauen wir mal ab. Okay, ich habe ihm jetzt gerade mal kurz ein Geschenk gemacht auf dem Weg dahin. Und jetzt hat sich unsere Beziehung verändert. Wir reden mal mit ihm. Komischer Najo, reiß dich zusammen. Natürlich kannst du an zwei Orten gleichzeitig sein. Du musst nur positiv denken. Stimmt was nicht? Hm, oh hey Zanexa, ich habe dich gar nicht gesehen. Es ist alles in Ordnung. Wie kommst du da drauf, dass etwas nicht stimmt? Äh, du wirkst mitgenommen. Muss ich das? Ich bin überhaupt nicht beunruhigt. Mir geht's gut. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Und es ging mir auch hervorragend, nachdem du mir den Hintern gerettet hast. Okay, ja, ich verstehe, was du meinst. Was ist passiert? Du weißt doch, wie genial da und ich sind. Du weißt schon. Die Sache ist die, ich habe diese Tickets für ein Konzert in Bahari City, von dem sie schon seit Ewigkeiten spricht. Aber meine Mutter hat mich gebeten, ihr bei einem Kuchenwettbewerb in der Stadt zu helfen und der findet am selben Tag wieder das Konzert statt. Brauchst du Hilfe? Schon wieder? Ich würde mich schlecht fühlen, dich ein zweites Mal zu fragen, aber ich schätze, wir könnten dich so anziehen wie mich. Nein, das wird nicht funktionieren. Mama wollte, dass ich ein paar Zutaten für den Wettbewerb besorge. Sie macht dieses Jahr ihren Cottage Chor bei. Wenn du mir dabei helfen könntest, kann ich alles rechtzeitig vorbereiten, damit ich rechtzeitig zum Konzert komme. Alles, was ich brauche, ist etwas Knoblauch, Kartoffeln und Fleisch. Was ist das? Sardellen. Das ist eine Daicha-Familiengeheimnis. Also sagt meine Mama nicht, dass ich es dir erzählt habe. Oh, stopp mal. Ich kann ihm nach einem neuen Verfahren, was die Person in dieser Woche benötigt. Ich wollte ein neues Reisfeld anlegen, aber die ist Saatgutbrei. Ach, gucke mal. Jetzt ist die Woche schon rum, die erste? Ich fahre, was diese Person diese Woche möchte. Dünger bräuchten sie. Okay. Ich kann dir auch bestimmt schon ein Geschenk machen. Willst du meine Pilze? Wow, ein Geschenk, das ist so nett. Ich wünschte, mir würde ein Wortspiel einfallen. Hey, du siehst traurig aus. Okay, das wird eine großartige Ernte und ich habe deine Nase. Nicht wirklich, ich mache nur Witze. Aber wissen Sie, was kein Scherz ist? Die Gartenarbeit. Ich meine, es ist sehr ernst. Wenn ich gärtnere, so wie es aussieht, bist du auch. Ich habe ein neues Rezept, falls du es ausprobieren möchtest. Gegenstand kaufen. So geht mein Geld dahin, was ich angespart habe, ne? Hoffentlich hilft dir das. Okay, wir brauchen auf jeden Fall richtig gute Zutaten. Auch nie. Also, äh, willst du etwas von dem neuen Zeug kaufen, das ich von den Bugscouts bekommen habe? Ich glaube, das wäre gut für mich, wenn ich sie schnell loswerden könnte. Sie haben eine Menge Kartons geschickt. Meine Mutter wird ausflippen. Bremst alle Insekten einem bestimmten Gebiet aus. Okay, kann ich dir auch Pilze schicken? Oh wow, ein Geschenk, aber M9, danke. Willst du irgendwas haben von mir als Geschenk? Klasse, danach habe ich überall gesucht. Meine Familie liegt mir sehr am Herzen, aber manchmal, naja. Erfahre, was die Person in dieser Woche benötigt. Blattdrille gefangen. Stopp, stopp, stopp. Nicht wegrennen. Mann, ich bin froh, dich zu sehen. Wenn du meinen Bruder Najo siehst, sag ihm bitte, dass ich im Moment nicht auf ihn zu sprechen bin. Er hat mir versprochen, dass er mich dieses Wochenende zu den menschlichen Ruinen der Bahari-Buch mitnimmt. Aber jetzt sagt er, er sei zu gefährlich. Was wirst du tun? Naja, ich habe darüber nachgedacht und, äh, ich könnte mich an Najo rächen, indem ich einen Stinkkäfer in einem Picknick-Kopf verstecke. Oder ich könnte einen erfahrenen Klingenmeister werden, um Najo zu beweisen, dass ich das Zeug habe, alleine zu den Ruinen zu gehen. Warum redest du nicht einfach mit ihm? Das habe ich ja versucht, aber er hört mir überhaupt nicht zu. Ach komm schon, hilf mir, bitte. Wenn du mir nicht helfst, muss ich es selbst machen. Ich kann dir helfen, einen Stinkkäfer zu finden. Klasse, komm zurück, wenn du einen hast. Dann möge das Stinken beginnen. Okay. Dann würde ich... Ist das ein Tier, was da gerade drunter? Der verscheucht die ja alle. Jetzt sind wir bei Jagen auf Stufe 4. Wir reden mal mit Gina. So, kann ich dir auch von irgendwas schenken? Das will sie nicht. Das will sie nicht. Willst du Pilze? Für mich? Vielen Dank. Bitte. Man kann denen im Prinzip einmal am Tag auch einfach irgendwas schicken. Und die hier können wir für gutes Geld verkaufen. Die Nachtmodden. Alles immer schön einsammeln. Das ist wichtig. Ah, da hat er sich... Hashtag. Oh, da sitzt er hier einwandfrei. Den sammeln wir noch ein. Weil Jagen ist sowas. Das bringt euch richtig gut Geld. Ob ihr das glaubt oder nicht. Voll gut vorbeigeschossen. Also, ich habe gemerkt, Jagen ist so das Beste, was man machen kann. Warte, da sitzt ein Chapa. Oh, hier sitzen ganz viele Chappas. Ich habe die Chapa-Krube gefunden. Ah, der ist weggerannt. So, und immer alles, was leuchtet, schön mit einsammeln. Ein gepleckter Chapa-Schwanz. Jetzt aber. Die haben wir scheinbar auch noch nicht. Tja, den hat er uns jetzt weggefangen. Okay. Okay. Okay, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Platz im Inventar. Ah, das ist das, was wir vorhin schon mal hatten. So, jetzt ist unser Essen leer. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir davon nehmen. Das hat 50 Bonuspunkte. Das hat 100. Ach, 525. Das ist viel zu viel. Okay, wir essen das. Essen das. Okay. Das müsste ich vielleicht mal nach Hause bringen, dass das aus meinem Inventar raus ist. Was können wir denn jetzt hier noch machen eigentlich? Ah, da kann man nur die fertigen Sachen kaufen. Gut, das brauchen wir nicht. Ich gehe aber nochmal in die Stadt. Und guck. Machen wir mal. Das würde ich gerne noch schnell... Ne, der hat sich jetzt, glaube ich, eh vergraben. Dankeschön, dass du mir den weggejagt hast. Jetzt, weil ich mich so beeile, in der Hoffnung, dass ich es zu treffe. Wo ist es denn jetzt hingerannt? Da ist noch eins. Ich müsste halt echt mal Pfeile machen, die besser sind. Oh, ich habe es sogar getroffen. Habt ihr es gesehen? Da oben ist noch ein Chapper. Das will ich gerade noch jagen. Sehr gut. Und da ist Kupfer. Das können wir auch noch abbauen. Und dann gehe ich mit dem ganzen Zeug erstmal nach Hause auf jeden Fall. Damit das Inventar wieder leer ist. Dann können wir noch die andere Mission machen. So, ich bin jetzt zu Hause und habe einmal mein Inventar geleert, wie ihr sehen könnt. Und dann gehe ich jetzt gerade wieder einmal in den Ort rein. Und machen wir einen weiteren Aufgaben. Ich habe eben diese Münze zurückgebracht. Und schaut mal, Feuerwurzel. Die haben wir bekommen. Irgendjemand von unseren Leuten. Gartenblattgrille. Wollte... Ach, guck mal, das kann man schon rausfinden. Ah, das war dumm, genau. Irgendjemand wollte das doch haben. Hier. Die Gina. Okay, ich muss eh zu ihr gehen. Süßblatt. Das müsste ich mal gucken, wo es das gibt. Ziki. Theoretisch, wenn man einmal am Tag hier was kauft, dann kriegt man diese Münzen zugeschickt. Ihr müsst einfach nur irgendwann irgendwas kaufen bei denen im Laden. Dann geht das. Kurz mit ihm reden. Können wir dir Pilze schenken. Das ist nicht so deins. Nee, das gefällt ihm alles irgendwie nicht so. Okay. Ich gehe jetzt einfach mal die Läden alle durch. Und gucke, ob ich irgendwo noch was kaufen kann. was mir was bringt. Was kann man hier noch kaufen? Okay, kann man nur fertige Gerichte kaufen. Na gut, das brauchen wir ja nicht. In der Schmiede könnten wir noch mal gucken. Nee, da gibt's noch einen Arbeitstisch. Werkzeug reparieren. Werk-Reparatursitz. Ach, guck mal, hier könnt ihr die reparieren. Ich habe aber echt gedacht, dass man das für zu Hause war, war so. Okay, scheinbar dann doch nicht. Okay, dann suche ich jetzt erst mal die Gina und so auf. Okay, Zeki wollte auch noch mit uns sprechen. Der schläft eigentlich. Guck mal, wie hübsch seine Wohnung dekoriert ist. Aber, wir möchten trotzdem mit ihr reden. Ähm, ähm, was? Ich kenne da ein paar zwieligige Typen, wenn du verstehst, was ich meine. Ähm, erzählen sie mir über diesen niedrigen Ort. Ich würde es tun, aber dann würde ich den Spaß verderben. Sehen sie sich doch einmal im Dorf und schauen sie, ob sie nicht irgendwelche geheimen Orte finden, in denen man ohne die wachsamen und das Max gerade Geschäfte machen könnte. Okay. Mit was kann ich dich denn beeindrucken? Okay, nein. Der will das ganze Zeug nicht. Jetzt ist er schon hier. Okay. Dann gehe ich jetzt noch zu ihm. Ich vergesse immer die Namen. Das ist furchtbar. Da ist er. Mit dem sprechen wir jetzt. Ich nehme an, deine Fähigkeiten verpflichten mich, dir ein weiteres Rezept zu geben. Jagen auf Stufe 10. Willen Kreaturen verlangsamt. Was? Habe ich echt schon bald kein Geld mehr. Ich tue jetzt die ganzen Dinger hier kaufen. Okay. So. Und dann brauche ich als nächstes Ah, hier. Questziel. Dann gehen wir jetzt mal zu dem Questziel hin. Ah, guck mal. Hier ist Gina. Ähm... Gina? Ich habe dir heute schon was ge... Oh, ich habe dir heute schon was geschenkt. Okay. Sie... Kennen Sie jemanden namens Alba oder Glauka? Das sind menschliche Namen. Warum fragen Sie mich das? Ich frage mich nur. Verdächtig. Wenn ich ehrlich bin, habe ich das nicht getan. Lunder. Lunder. Mit was Kannst du denn was anfangen? Okay. Hekla kann gefühlt mit gar nichts am Plundern anfangen. Hekla's Zelt. Okay. Da ich ihr schon was geschenkt hab, können wir ihr nicht nochmal was schenken. Dann gehen wir doch vorerst zur Mine. So, wir sollen uns jetzt hier mit ihr treffen. Tempel des Nachthimmels. Ah ja. Gina. Das letzte Mal Hekla und ich diese Gegend erkundet hatten, war es nicht so. Schau, es scheint, als ob das Aktivieren des Puzzles im Wasserfallraum einen Teil des Reliefs erhält. Ich wette, es gibt noch mehr solche Flecken, die den Rest erhellen. Und diese kleineren Schnitzereien, sie leuchten auf, wenn man sich ihnen nähert. Versuchen Sie, mit einem zu interagieren. Wir bleiben in sicherer, äh, hilfsreicher Entfernung stehen. Also hier, das ist wahrscheinlich, ne? Interact. Unlockte. Ach, das sind Bündel. Oh! Oh ja, sowas liebe ich ja. Oh, grüne. Wollah. Erstmal geh ich das Mikro gestoßen vor lauter blauer Merlin. Angenehme Mahlzeit. Streifenhausschnecke. Zu finden an der Küste von Bahari Bay. Heilige Mutter. Okay, beitragen. Was haben wir noch? Garten Gottesanbeterin. Vampir Krebs. In der Nacht und am Abend. Okay. Around the Lake. Kilima. Bahari mit, ja okay, mit Würmern. Rochen der Leere. Using Glow Worms. Okay, was haben wir hier? Hinten, die Bälle. Bahari Bay. Okay. Riesen. Using Glow. Ich habe aber auch nichts, was ich dafür schon mal spenden könnte, ne? Okay. Das heißt, wir müssten uns mal so eine Liste machen mit Sachen, die wir spenden. Faszinierend, es ist eine Art altes Gewölbe. Ein Tresor, der sich nur öffnet, wenn man mehr hineinlegt. Die Menschen sind seltsam. Nichts für ungut. Ich werde anfangen, Proben zu sammeln. Das ist die richtige Einstellung. Ich werde weiter lernen. Vielleicht kann ich in der Zwischenzeit herausfinden, wie ich den Rest des großen Wandbildes beleuchten kann. Cool. Unsere Energy ist auch leer. Das ist echt cool, dass es sowas gibt. Mama. Bist du etwa dasselbe von vorhin, das weggerannt ist? Tatsächlich. Wir müssten echt mal häufiger in dem anderen Gebiet, ähm, jagen. Ich würde ja gerne mal wissen, ob wir irgendwo so eine Liste haben, wo das steht, welche Tiere wir schon haben und welche nicht. Okay, deine Türen stehen uns immer offen. Danke. Inventar, warte mal. Warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Okay, irgendwas hat sich bei ihr jetzt aufgehängt. Gut. Dann würde ich sagen, ich beende auf jeden Fall hier die Folge schon mal. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Lasst auf jeden Fall mal ein kleines Kommentar unter dem Video. Und natürlich abonnieren, kommentieren, nicht vergessen. Denn dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Macht's gut, meine Lieben. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020